Hallo! An manchen Hochschulen ist das Studium mehr oder weniger stark digitalisiert. Viele Hochschulen stellen Übungsmaterialien in digitalen Formaten über eine sogenannte Lernplattform zum Selbststudium zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung von Lehrvideos zur Vor- oder Nachbereitung. Zusätzlich führen viele Hochschulen elektronische Tests durch und sie nutzen digitale Geräte im Unterricht. Wenn diese digitalen Materialien offiziell angeboten werden, ist ihre hohe Qualität von den Hochschulen garantiert. Die am weitesten gehende Variante der digitalen Lehre sind Online-Lehrveranstaltungen. Hier können die Studierenden komplett über das Internet lernen und auch die benötigten Prüfungsleistungen ablegen. Doch Vorsicht! Das Online-Lernen verlangt eine hohe Selbstdisziplin. Das Online-Lehrveranstaltungen. 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 Bis zum nächsten Mal.